Nun wollen wir einfach mal schauen, wie schnell und wie komfortabel und einfach es geht auf www.backtocover.de uns ganz einfach ein Automobil-Fanclub-Glas-Backcover für unser iPhone 4 und 4S zu machen. Ich schieße einfach mal direkt los. Hier ist das leere Backcover. Hier steht, lad dein eigenes Bild hoch. Wir wählen uns jetzt eine Datei aus. Ich habe in dem Fall jetzt kein echtes Automobil-Logo genommen, sondern wir haben selbst eins erstellt. Dort haben wir hier Maxon, das ist das Unternehmen, Fein des Automobils. Gerade gesehen, dass es hier hochgeladen wird. Es wird etwas kleiner dargestellt, damit die Druckauflösung nachher schon hoch ist. Vergrößern das Ganze so groß, wie wir es jetzt möchten. Das könnt ihr auch machen, ob ihr etwas Kleineres habt, in die Mitte legt oder so groß, wie wir das jetzt darstellen. Einfach drüberlegen. Das Ganze geschieht hier so, wie es aussieht und es ist auch nicht schwerer. Es ist tatsächlich alles jetzt online, so zu machen. Ich gehe auf Weiter und dort sehen wir das fertige Backcover im Grunde genommen schon in seiner ganzen Pracht dargestellt. Jetzt habe ich die tolle Möglichkeit, hier auf der linken Seite kann ich nun auswählen, ob ich jetzt auf Facebook mit meinem Account auf meiner Pinnwand das posten möchte und zusätzlich noch 2 Euro sparen möchte, wenn ich dieses Backcover dort veröffentliche. Dasselbe gilt für Twitter mit 2 Euro. Oder, und das ist natürlich eine komfortable Sache, wenn ich sage Share via Mail, dann öffnet sich sofort das Mailfenster und ihr könnt euren Freunden, Bekannten oder Vereinsmitgliedern etc. einfach den Link zuschicken, der hier unten steht und die Leute, die den Link dort anklicken, kommen sofort dann auf dem Browser, auf dieses Bearbeitungsfeld, wo ihr jetzt seid und könnten zum Beispiel noch kleine Veränderungen für sich selbst oder ihren Verein vornehmen. So einfach geht das Ganze. Das war es auch schon mit Back to Cover mit dem Herstellen von einem Automobil-Logo.